Was ist mit Überfallen? Überfall? Ich habe keinen Überfall gemacht. Ich kann aber alles hören. Leute, 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 das ist aber... Leute, 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 das ist aber... Ja? Ach, diese Jungs... User left your channel. Gut, Mund-zu-Mund verordnen. Ne, er lebt noch. User joined your channel. Mein Gott, Jun... Magie! Mund-zu-Mund. Ja, sehr oft. Ja! Soll ich zu euch kommen? Danke. So wie der Herr aussieht, ist er doch richtig sportlich. Also ordentlich sportlich. Ja. Wir warten jetzt hier noch raus zu Sanni und dann werden wir gleich sehen. Wo bleibt denn der Sanni, wenn man den mal braucht? Ja, ich weiß auch nicht, wo der rumgehört. Die mit der Polizei, die kommen auch immer zum Schluss, wenn alles vorbei ist. Ne, ich weiß nicht. Aber in den Filmen ist das so. Hat er noch nie aufgefallen? Ja, kann gut sein. Einmal kurz nach Elektro fahren und... Ja, fahren. Gibt's noch kurz Schlüssel? Ich müsste ehrlich auch noch mal schnell nach Elektro. Gibt's noch kurz Schlüssel? Ja, warte. Geh mal weg, dann gib ich dir Geld. Der Sanni ist auf dem Weg. Warte. Der Sanni... Der Sanni... Sadimir? Sadimir... Sadimir... Er soll sich mal beeilen. Der Herr Yugi labert... Der... Dem geht's doch nicht gut. Der redet wirres Heuch. Ey, der Typ, der haut ab. Ich bin der Fahrer gewesen. Wir haben uns gerammt. Oh, Mikey, du hast gefahrt, nicht ich. Ja, ich hab's ja gefahren, aber... Ja, aber du... Ich wollte Auto 100% reparieren, aber nee, du wolltest unbedingt schon fahren. Das Licht hättest du eh nicht reparieren können. Mal sehen. Mal sehen jetzt, ob... Okay, hast du recht, konnte ich nicht reparieren. Geht nicht mehr. Ja. Guck, ich hab doch gesagt, das Licht kannst du nicht reparieren. Scheiße. Ja, sehr gut. Aber jedes Tag. Aber könntest du auf die Seite fahren, kurz? Was? Freut' ich doch, aber da war's schon zu spät. Jetzt nicht mal. Jetzt müssen wir das versuchen. Also, euer LKW kannst du hier vergessen wahrscheinlich. So, der ist nachher wieder in der Garage. Ja, ja, das ist schon so schlimm. Bis hier, da Sunny kommt, ist schon die dritte Welt korrekt, ey. Boah, nicht, wenn nur zwei Dienst haben bei so vielen Leuten. Boah. Deine ist gestorben. Deine ist gestorben. Ja, ich glaub, mir geht's schon auch wieder viel, viel besser. Ja. Wenn der Yugi hört, dass Leute sterben, dann geht's ihm gleich viel besser. Ja, so sieht's aus. Das ist immer so. So, ich probier mal hier, ob mir nicht schwindelig ist. Machen wir so ein paar eigene Tests. Lauf mal so langsam hier um die Ecke. Laufen Sie doch mal hier auf der weißen Linie. Genau, ich mach jetzt mal hier so. Ja, ich mach mal vor, so geht das. So. Ja, mir ist auch nicht mehr schwindelig. Backe, da geht's auch wieder besser. Immer schön gerade auf der weißen Linie. Alles. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und, äh, bis demnächst. Wo ist? Ist hier der Drogenschuss, ne? Guck mal, der setzt sich nen Schuss. Äh, ich hab den Herr Sachs-Bachs noch ins Leben gegeben, weil der Sani ja nicht kommt. Ah, also, entschuldigung, ja, ich wollte ihn da jetzt, äh, ne? Nicht so. Äh, also sind alle sonst gesund hier. Alles klar, ja. Und dann schönen Tag noch. Na, tschüss. Könnt ihr mich mitnehmen nach Elektro? Alle mehr? Können wir... Können wir machen. Ein Fallschwert gerade abgehauen. Der ist zum Transformers entwächst, ist allein gefahren. So, jetzt fährt aber auch mal, jetzt fährt hier wieder ein anderer. Jetzt bin ich nicht am Steuer. Ach, aber, äh, nicht auf der Fahrt, aber mit Licht. Ach so. Ja, das Licht ist kaputt, das kann man nicht reparieren. Le, was gerammt hast, ja? Ne. Das Licht wäre vorher auch schon kaputt. Wege einen Fahrer. Wieso? Wird der Offroad eigentlich nicht so? Das kann ich nicht erklären. Das weiß ich nicht. Der wackelt immer, als wäre betrunken. Das sind Häschen. Jetzt wackeln nicht noch mehr so. Das ist hier voll die Kuschelladefläche. Fläche. Fläche. Aber sie ist passiert. Ui Drogentransport. Der Herr Schulze. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Gib Gas. Mit denen hatten wir... Mit denen hatten wir heute schon... Hör, die haben mich getötet. Na toll Sevi. Gib Gas. Gib einfach Gas. Fahr. Fahr einfach. So schnell wie der kann. Du musst jetzt noch 5 Minuten durchhalten. Und noch 4 Minuten durchhalten. Gib Gas. Aber die kommen immer näher. Echt? Hat jemand gekillt oder was? Fahr. 4 Minuten bis Freestart. Gib Gas. Nein. Verlieg's. Nein. Scheiße. Aber Nagelbänder. Scheiße. Jetzt folgen mich oder was? Hehehe. Ebi lass dich hier raus. Hier oder? Egal. Oh ne. Gib Gas. Gib Gas. Mein Auto war weg. Wo war mein Wagen? Mein Ecker. Wir stand da noch. Der Bulle hat einen Unfall gebaut. Ja. Ebi. Fahr hier rechts. Fahr hier rechts. Fahr hier rechts. Fahr. Ebi. Gib Gas. Versteck dich hier hinterm Haus. Versteck dich hier. Ebi. Mach Motor aus. Mach Motor aus. Mach Motor aus. Mach Motor aus. Die sehen dich. Warum rollst du so weit zurück? User left your channel. User join your channel. Ihr habt uns gesehen. Ihr habt uns gesehen. Gib Gas. Schau ab. Fahr. 3 Minuten. 3 Minuten noch. Sind die in die Mauer reingefahren? Ja irgendwie schon. Aber geradeaus über den Hügel. Geradeaus über den Hügel. Na geil. Mach Motor aus. Mach Motor aus. Lass mich auf der Straße bleiben. Fahr jetzt links runter. Links runter. Sebi. Links runter. Zwischen die Bäume. Ey hier kann man da putz machen. Lass mich mal aussteigen. Ich bin Äpfelfarm. Lass mich mal aussteigen. Jetzt sind wir doch am Äpfelfeld oder? Bleiben alle hier sitzen. Nicht loslegen. User left your channel. Ne. Ich äh. Ich geh Apfelferfarm. Also wenn die kommen dann. Ich hab nichts durchgesucht. Miros kam das gut. Diffino. Ähm. Sie kommen. Sie kommen. Steig ein. Ich bin drin. Tschüssi. Fahr. Fahr. Dürfen nicht aufsteigen. Jetzt schichten sie auf uns. Scheiße. Was machen wir? Was machen wir? Tot. Oh fuck. Du schaffst es. Alter. Die Baller. Fuck. Wir totten. Scheiße. Was war das für Action? Was war das für Action? User left your channel. Hä? Leute. Ich hab meine ganze Sagen verloren. Fuck. Ich hab meine Schlaf. So embarrassed. User left your channel. User left your channel. User left your channel. In einem ist ein Server Wizard. Also Leute, ich werde sagen, das war's. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Kopfseller.